And his name is Klaus Zina Ja meine lieben Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GaiWars Wir machen heute die MLG Mit dieser Challenge schnappen wir uns mal das Enderman Kit Im Enderman Kit enthalten sind Eine Brustplatte Brust Eine wunderschöne Enderperne Lol, du Arschloch Wie auch immer Leute Unser Ziel ist es Den Gegner mit der Enderperne so einen John Cena Move zu geben und ihn runter zu schmeißen Und ich denke mal, das wird kein großes Problem Dafür stehe ich mit meinem Namen Ja Lass mich doch mal diesen verdammten MLG machen, Mann Da ist einer Fuck So ein Arschloch Der ist einfach ein weitergegangen Heiß Ja Ja Und his name is John Cena Fuck Fuck Alter Leute, ich bin so ein Dummkopf Ja, da haben sie recht Anstatt ihn zu treffen, habe ich die Enderperle einfach so kacke geworfen Aber vielleicht bekommen wir ihn jetzt Ja geilo Als Oppi Verdammt Leute Ich drehe noch komplett durch Ich schaff's nicht Was ist los, du Waschlappen Reiß dich zusammen Hier, trink diese MLG-Kohle Dann geht es Oh, danke Klaus Für den Tipp Ich trinke einen Schluck MLG-Kohle Die MLG-Kohle hat uns jetzt auch nichts gebracht So Leute, ich würde da mal sagen Das soll's von dem Video gewesen sein Wenn euch das Video gefallen hat Dann zeig's mit einer Bewertung Und sorry, dass gestern kein Video gekommen ist Aber jetzt Entschuldigung Kommt morgen extra noch ein cooles Endergames-Video drauf Also seid bereit Und dann würde ich einfach mal sagen Hier findet ihr die anderen Videos Haut rein Macht's gut Und Ciao Ciao